Die Rutschparty Der Schlitten kommt in vollem Saus. Schau, schau. Den Hund, den hat's bereits. Der Jäger sprenge gern abseits. Jedoch der Schlitten fasst ihn schon. Die Tabakspfeife fliegt davon. Nun kommt trotz Ach- und Wegeschrei. Die Botenfrau auch an die Reihe. So saust man unaufhörlich fort. Bis an den steilen Abhang dort. Ein Jäger fliegt von seinem Sitze. Der Schuss geht los und durch die Mütze. Hier steckt ein Jäger tief im Schnee und reckt die Beine in die Höhe. Doch gleich hat man sich aufgerafft und prügelt sich mit aller Kraft. Zum Schluss geht man voll Schmerz beiseit. Das macht die Unvorsichtigkeit. Das macht die Unvorsichtigkeit.